Was geht Leute? Mein Name lautet Danny B-B-B-Bönnich. Willkommen zu einem kleinen witzigen Spielchen mit dem Haptic Rush. Denn wir machen heute ein 1 gegen 1 mit Marshmallows. Sag erstmal hallo, dann erkläre ich um was es geht. Yo Leute, Haptic Rush hier und kommen wir gleich zu den Regeln, damit wir gleich das Game starten können. Okay, ja es ist ziemlich witzig, weil wir haben hier Marshmallows dabei und wer das Spiel Chubby Bunny kennt, und zwar machen wir es so, dass wir ein 1 gegen 1 gegeneinander machen und es gibt kein Punkte Limit und es gibt auch kein Zeit Limit. Das ist ziemlich geil, denn wir machen es so, jeder der drei Tode hat, also nach jedem dritten Tod, muss man ein Marshmallow in den Mund nehmen und nachdem man einen in den Mund genommen hat, muss man Chubby Bunny sagen. Genau so ist es Leute. Der, der zuerst die ganzen Marshmallows ausspuckt, der hat verloren und es ist mal was anderes fand ich und es ist extrem witzig. Gut, dann starte ich mal das Spiel auch, okay? Start das Spiel. Es gibt diesem 1 gegen 1 nochmal so einen richtigen Reiz. Ja, das gibt es. Ich weiß gar nicht, wie ich gewinnen soll. Ich muss über die Ulter lachen, Digga. Ich auch. Das wird immer schwerer mit der Zeit, Digga. Ja, das ist richtig heftig. Wir haben das mal auf Hornos Spaß gemacht und ähm... Das war so witzig, ey. Das war so lustig. Wir mussten so lachen. Aber welche Empfindlichkeit spielst du? Lass mal sogar auf derselben Empfindlichkeit spielen. Lass mal auf 8 spielen. Äh, auf 8? Okay, auf 8. Damit alles gleich ist. Ich bin bereit, jederzeit. Wir haben die exakt gleiche Klasse, Leute. Meine Tarnung ist ein bisschen männlicher als deine, aber egal. Ich weiß gar nicht, wie ich dich gekillt habe. Ernsthaft nicht. Welche Tarnung hast du? Hä? Welche Tarnung hast du? BÄM! Die männlichste Tarnung der Welt habe ich. Welche? Achso, die Hello Kitty? Ja. Scheiße. Oh yeah. Nur noch ein Tote. Ich sehe nämlich am Handy, weil man kann die Cam leider nicht für zwei Programme nutzen, also nicht für Skype und noch was anderes. Ja! Ja! Oh fuck. Okay, erst geht los. Hör auf zu lachen, Mann! Okay. Sorry, Bonnie. Los geht's jetzt! Hör auf zu lachen! Konzentrier dich! Fuck! Ich bin schlecht im Schneipen. Kann ich mal mehr reden? Nein! Ja, ich gewinne! Okay, ich muss mich konzentrieren. Wir können aus Tarnung noch jemanden machen. Es ist schwer mit so einem Marshmallow-Mund zu konzentrieren. Ich weiß. Deswegen freue ich mich, dass du den ersten bekommen hast, weißt du? Nein! Schieß doch! Ja! 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 Oh fuck! Warte, du hast sechs Tote! Ja! 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 Ich bin schon gar nicht! Ich sehe es! 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 Okay. Ich komme gerade von Zahnarzt. Mein Zahn wurde dort gezogen. Ja! Wo bist du? Da! Hartzkopf! Du warst da doch, oder was? Jetzt zieht der mich nicht. Niemals wirst du ein klein. Oh nein, noch ein, Digga. Auf dem Moment, ab dem ich einen Marshmallow im Mund habe, kann ich gar nicht mehr gewinnen. Yeah! Schluck! Schluck, Danny, Schluck! Ciao, wir Bonny. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich fühle und jetzt stellst du dir doppelt so schlimm. Warte, 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 ich muss kurz mein Ohrstecker reinstecken, besser. Steck ihn rein, Digga. Ey, irgendwie schmeckt das im Mund, muss ich sagen. Das, ja, es ist ziemlich süß, es wird immer schlimmer. Ich habe Angst, wenn ich richtig viele drin habe, dass gegen den Gaumen kommt und ich dann so einen Kotzreiß bekomme. Ja, das ist richtig heftig. Das bringt einen so zum Aufgeben. Oh, na ja. Ich habe eine Drohne, darf ich sie aktivieren, ne? Ja, von mir aus, aber die Spawns sind ja eigentlich krass, egal. Nein, Quatsch, Digga, ich aktiviere die auch nicht, dann auf den. Nein, ich dachte, du kommst von der anderen Richtung. So, Digga, jetzt geht's los. Und noch, wie musst du ein Tuch, da hast du den Sitten. Ich muss sagen, das schmeckt eigentlich ganz gut, der Mund, ne? Es schmeckt, ja, es geht, es geht, aber wenn es zu viel ist, und nichts schmeckt gut, wenn man zu viel davon isst. Kennst du das, wenn man irgendwas isst, was einem richtig gut schmeckt? Und man isst, und isst, und isst, und dann wird es immer eklischer mit der Zeit. Genau so ist es auch. Du hörst meine Schütter, ne? Ne. Du hörst mein... Ich hör deine auch nicht so gut, weil ich meine Kopfhörer... Geht so, schluck. Guck mal, wie das aussieht. Ciao, wir wollen dich. Du siehst so scheiße aus, Digga. Danke. Du auch. Danke. Okay. Wo bist du? Bei deiner Mutter. Nicht Spaß. Da bist du. Ja, ich hab' ich... Ist meine Mutter da hinten, grüß sie mal. Ja, ich hab' sie... Sie chillt sich. Oh fuck. Ich hab' keinen Bock, einen Sitten noch sein zu nehmen, bin ich ganz ehrlich. Yeah, bitch. Oh, ich hab' auch... Fuck, ich kann mich nicht kassizieren. Ich kann mich nicht kassizieren mit diesen Marshmallows im Mund. Ich auch nicht. Oh, nein! Ja. Scheiße, Digga. Das... Ich muss wieder einen nehmen, ne? Mhm. Oh, nein. Wo soll ich den reinstecken? Weiß ich gar nicht. In die Nase. Okay. Nein, Spaß. Sieh ich gut aus? Ja, oder? Danke. Yay! Scheiße, du musst nur einen Köln und... Und man darf das nicht kauen, aber ich hab' das Gefühl, die schmilzen so ein bisschen, aber die... Ja, ich auch, 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 ich auch. Okay. Manchmal werden die halt kleiner ein bisschen. Nee, ich kann mich nicht kassizieren, Alter. Ich auch nicht. Und ich muss immer rüber gucken, wie du aussiehst. Oh! So ne Külke, Mann! Okay, guck ich. Los, go! Respekt. Danke. Danke. Ja, ich muss so lachen, wenn ich dich sehe. Guck mich nicht so an! Guck mich nicht so an! Ja, du wusstest... Nein! Schon wieder drei Kills. Fick dich. Ich hab' neun Tote, ich muss auch, oder? Nein. Okay, lass' gleichzeitig. Sorry, Bonnie. Sorry, nein. Alter, nein! Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Ja. Weißt du. Halt dich kastriert, direkt in die Eier ging der. Wie fühlst du dich so an, Eier, los? Sehr gut. Ja, egal. Holst du dir einfach zu Ostern neue. Okay, los geht's. Jetzt. Jetzt. Jetzt schaffst du nicht einen einzigen... Oh! Guck dir den an! Fuck! Verdammt. Noch ein Tod, ne? Ich hab' glötsch'er. Hör auf, zur Headglütche, Mann. Es geht hier um... Um die Stopfung deines Mundes. Oh! Du musst... Nee, auch ein Tod. Du ein und ich ein. Nein! Jetzt komm' ich ganz lang, wenn man den Kotzreiz ran. Guck mal, wie gut ich aussehe. Ich auch, wie ich aussehe. Die Mädels... Digga, so mache ich sie mir klar. Ja. Guck mal. Ich sehe dich, aber ich kenne dich noch nicht. Hey, willst du mit uns nach Hause kommen? Hm? Was? Nee. Hahaha. Yee! Ich geh' zu mir und sag', hey, siehst du, willst du zu mir nach Hause kommen? Hm, weiß auch immer. Jeden Tag. Ist der Wessel... Boah, er hat gefluckt. Wo bist du wieder? Wo treibst du dich rum? Wo treibst du dich rum? Da! Oh nein! Du musst warte. Hm, bei 12, 15, 18. Ein Köln auch brauche ich ein Köln und du brauchst. Und ich brauche auch ein Köln bei dir noch. Wo bist du da? Ich will die Köln... Mega Hardcore. Tut mir leid, aber du musst jetzt. Du musst... Rande. Mach rein! Okay. Los! Ach fuck, Alter. Kein Bock mehr. Hahaha. Oh, du bist so sexy, Digga. Danke, du auch. Läuft bei dir. Tavi, Tavi Bunny. Mhm. Hahaha. Warte kurz, nein. Ich muss lachen, warte kurz. Hahaha. Hahaha. Du musst einen nehmen. Aber es fällt raus, wenn ich lache. Hahaha. Scheiße, ich muss wieder, ne? Ne, noch nicht. Doch, bei 18. Ich musste sogar bei 18. Hm. Wie soll ich? Ich muss meine Lippe zur Seite nehmen, weil es schon so voll ist. Hahaha. Okay. Oh, oh, kaffreif. Hm. Lass mal dann nach. Hm. paar mit sichtigen Wochen. Ja. Ich bin satt, bei denen. Ich mache keine Ahnung. Hm, es schmilzt. Hm. Es gewinnt er. Ach, du musst noch ein. Muss ich nicht auch ein? Nee, ich hab's schon genommen, ne? Über zwölf. Du lächst, Digga. Hm, wie? Du lächst. Wieso lächst du? Hm, hm, hm. Ich hab's ausgespuckt, Digga. Tut mir leid. Du kannst das Spiel beenden. Ich pack das nicht mehr. Ich pack das nicht mehr. Ach, ich hab gewonnen. Ich will später diese Szene sehen, wie ich hier sitze mit fünf oder sechs Stück und wie die Spucke rausläuft. Ja, ist auch so eklig. Alter Schwede, krass. Aber voll witzig. Wollen wir noch einen machen? Aber im nächsten Video mit normalen Waffen? Ja. Ja, ne? Ja. Okay, wenn ihr noch einen mit normalen Waffen sehen wollt, klickt den Daumen nach oben Button an. Link in der Beschreibung zu Haptic. Danke, dass du da mitgemacht hast. Immer wieder gerne. Und dann werden wir euch im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.